So kriegst du dein Geld von der Flowbank zurück. Es gibt wieder ein Update und alles in diesem Video, damit du informiert bleibst und an dein Geld kommst. Und damit herzlich willkommen, ich bin Seu Thomas aka Sparkyode. Für alle, die dies vergessen haben, ja, die Flowbank ist am 13. Juni mehr oder weniger pleite gegangen, beziehungsweise wurde der Konkurs über die FINMA angemeldet. Und das hatten wir schon alles in dem letzten Video. Ihr könnt euch das gerne sonst hier abchecken. Ich verlinke das hier. Ich möchte hier jetzt einfach ein Update geben und zwar kommt man jetzt an die Rückzahlung von privilegierten Einlagen. Das sind konkret die Einlagen, die unter 100.000 Franken sind. Es geht also um euer Barvermögen jetzt in dieser ersten Phase und um die Aktien und Investments wahrscheinlich in einer zweiten Phase. Am zweiten, respektive dritten Juli gab es eben diese Mitteilung für eins. Da hat man schon Mails eben erhalten. Aber ihr könnt auch einfach auf diese Seite gehen und ihr seht auch hier oben, mein Konto ist mittlerweile freigeschaltet. Und wenn ihr hier drauf klickt, dann habt ihr die Möglichkeit, hier einzuloggen. Ich bin jetzt hier halt schon eingeloggt. Aber ihr könnt dann entsprechend euch einloggen und dann werdet ihr dieses Fenster sehen. Ich habe das schon gemacht. Ich habe diesen Report oder halt dieses Formular ausgefüllt schon am 3. Juli. Ihr könnt das jetzt tatsächlich auch noch Ende Juli machen. Also das wird jetzt hier nicht ein Problem sein, wenn ihr das jetzt nicht genau jetzt am 3. Juli gemacht habt. Sondern ihr könnt dann hier, da ist so ein Button, klickt ihr drauf, gebt einfach eure Adresse, Namen, Daten und die IBAN-Nummer von dem Konto, wo ihr das Geld erhalten wollt. Ein relativ easy peasy. Ihr bekommt da nachher noch eine Bestätigung. Und ja, that's it eigentlich im Prinzip. Und ihr seht dann diesen Screen. Solltet ihr nicht hier einen Link haben, der euch zu einem Formular führt, steht dort entsprechend die Mail-Adresse, wo ihr euch melden könnt. Ansonsten habt ihr hier immer unten die Mail-Project-Liquidateurfb-at-walderwies.com, wo ihr euch auch so oder so nochmal melden könnt mit den entsprechenden Daten und auch sagen könnt, hey, das hat irgendwie nicht funktioniert. Ich habe hier keinen Link, um meine Daten entsprechend einzugeben. Ich möchte hier auch nochmal kurz sagen, es geht hier spezifisch, und das steht hier nochmal auf Englisch, please note that only the amount of each client's cash holdings equal to or less than 100.000 Swiss francs constitutes a secured deposit and will be reimbursed at this stage. Also es geht noch nicht um die Beträge von über 100.000 Franken cash bar. Und es geht auch noch nicht um eure Aktien und Investments, die ihr bei Flowbank hattet. Das wird in einer folgenden weiteren Stage noch folgen. Das heißt, aktuell geht es darum, wenn ihr Geld dort drauf hattet, ein paar Tausend Franken, ein paar Hundert Franken, ein paar Zehntausend Franken, einfach bis und mit 100.000 Franken, dann könnt ihr hier eure IBAN angeben. Dann wird das über die nächsten Wochen wahrscheinlich dann nach und nach hoffentlich dann sauber ausgezahlt auf die entsprechenden Konten. Und dann wird es dann eben weitergehen mit den Aktien, Investments, ETFs und Co., die ihr bei Flowbank hattet. Wo ihr dann vielleicht auch eben das Depot angeben müsst. Wo habt ihr euer Depot, bei Swissco, bei You oder wo auch immer das sein wird. Das wird man dann auch entsprechend anschauen können. Und ich werde euch dann natürlich nach und nach weiterhin up to date halten und regelmäßig da eben wieder solche Videos machen, wo ihr auch seht, hey, was mache ich gerade, was kann man machen oder was ist gerade der Schritt, damit ihr so wieder sauber an euer Geld rankommt. Und jetzt hier vielleicht noch so etwas kleiner Fun-Gimmick, vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen. Ich finde das super lustig. Manchmal google ich ja einfach Flowbank, weil ich gerade irgendwie oder ich gebe nicht .ca oder .com ein, dann kommt das so direkt. Und das Geile ist, jetzt alle Banken und Broker hier, sei das jetzt You oder DeGiro, Saksu oder irgendwelche anderen Banken, schalten hier einfach Werbung drauf, dass das halt sozusagen, wahrscheinlich ja, wenn die Leute dann ihre Depots wechseln müssen oder die ihre Aktien irgendwo hin transferieren müssen, das ist dann vielleicht eine von hier oben wählen. Finde ich ganz lustig, ganz spannend. Form von Marketing am Ende des Tages. Ja, was will man da dazu sagen? So oder so, bin ich ganz ehrlich, that's life, solche Sachen passieren. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, bin froh, habe ich jetzt nicht irgendwie extrem viel Cash oder Aktien dort gehabt, die jetzt sozusagen gefroren werden. Also ich komme ja an das Geld und an die Aktien zurück, nur ist es dann halt die paar Monate dann gefroren oder ich kann nichts damit machen. Und das kann dann unter Umständen schon ein Nachteil sein, wenn ich mit gewissen Aktien handeln wollen würde oder irgendwelche Gewinne realisieren möchte. Und ich kann das nicht, weil ich halt nicht gerade Access zu den Aktien habe. Das ist halt ein großer, immenser Nachteil, meiner Meinung nach. Aber trotzdem finde ich es jetzt insofern spannend, dass ich sehe, wie dieser ganze Prozess funktioniert. Und ich sage es einfach so, wie es ist. Über die nächsten 100 Jahre wird die Flowbank nicht die einzige gewesen sein. Also in den USA hat man es ja schon gesehen. Das heißt, auch da merkt man, hey, man sollte sich vielleicht dann doch schon auch an die größeren Player halten, die größeren Banken halten, die schon etwas solider da sind, die schon seit 20, 25, 30 Jahren oder sogar noch länger am Markt sind, halten. Um halt auch einfach sich, ich sage es jetzt mal so, wie es ist, wenn jetzt hier jemand, keine Ahnung, 200.000 im Aktiendepot hat und 50.000 Cash. Also, er wird jetzt gerade aktuell nicht eine chillige Zeit haben. Auch wenn er denkt oder weiß, er bekommt das Geld zurück. Es ist trotzdem immer noch diese Unsicherheit da, dieses Gefühl von, boah, und wie lange geht das noch? Ich möchte das jetzt endlich zurückhaben. Ich kann das sogar auch noch nachvollziehen mit der Celsius-Geschichte. Das hat ja dann zwei Jahre gedauert, bis ich überhaupt noch einen Bruchteil, irgendwie 20 Prozent von dem zurückbekommen habe, was ich eigentlich verloren hatte. Also, ich kenne dieses Gefühl und es ist gar nicht ein nices Gefühl. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bin aber trotzdem auf der einen Seite froh, dass ich jetzt erleben kann und sehen kann, wie das funktioniert, damit ich auch einfach weiß, was da die Prozesse genau sind. Und darum werde ich euch da auch nach und nach immer wieder ein Update dazu machen. Sobald es wieder neuere Informationen gibt oder neue Stages und Steps gibt, werdet ihr auf jeden Fall auf diesem Kanal hier davon erfahren. Darum abonniert gerne diesen Kanal, um keine Videos mehr in dieser Form zu verpassen, zu dieser ganzen Flow, Bank, Pleite und Konkursgeschichte. Aber natürlich auch zu anderen Videos zum Thema Aktienoptionen, Dividenden und Co. sind wir auf diesem Kanal hier natürlich genau richtig. Darum schreibt doch gerne in die Kommentare, wie ihr gerade zu diesem Thema steht. Seid ihr zuversichtlich, womit habt ihr gerade zu kämpfen? Habt ihr tatsächlich viel bei Flowbank gehabt und wart jetzt sehr gespannt auf euer Geld? Und schreibt da gerne eure Storys dazu in die Kommentare. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da offen und ehrlich teilen könnt. Könnt ihr natürlich auch anonym machen, ist an sich natürlich kein Problem. Und darum würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Und ansonsten checkt gerne dieses Video ab, denn da seht ihr ja die Vorgeschichte von dieser ganzen Flowbank-Story, wie es dazu gekommen ist und was genau gerade der Fall bei Flowbank gewesen ist.